Musik Besetzt das Podium, beginnt neue Verhandlungen, strebt nach Transparenz, denn wir sind Taiwan, eine Demokratie. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel und mein Name ist Olaf Heuser. Diese Sprechchöre und auch dieser Song, Island Sunrise von der Band Fire X, wurden zu Symbolen der Sonnenblumenbewegung, die im Jahr 2014 der Regierung in Taiwan Zugeständnisse abbringen konnte. Auch jetzt, 10 Jahre später, demonstrieren die Menschen in Taiwan wieder. Und viele zeigen wieder Sonnenblumen als Zeichen der Erinnerung an 2014. Auch jetzt ist es wieder Intransparenz und die Vermutung politischer Willkür, wenn es darum geht, Gesetze zu erlassen. In diesem Fall vor allem bei einem Gesetz, das es ermöglichen soll, die Regierungsmitglieder und andere Personen aus Politik und Gesellschaft stärker zu kontrollieren und zu sanktionieren. Im aktuellen Parlament in der Hauptstadt Taipei verfügen Parteien über eine Mehrheit, die der Volksrepublik China, dem Reiche Xi Jinping, eher unkritisch gegenüberstehen. Aber anders als damals steht heute ein Mann an der Spitze des Staates, der sein Land fest mit dem Westen verbünden will. Der im Januar gewählte William Lai, der vor einer Woche sein Amt antrat. Das allerdings ist ein Problem, denn die Volksrepublik besteht darauf, dass Taiwan kein eigener Staat sein darf. Und Xi Jinping hat die Eingemeindung der Insel fest in seine Zukunftspläne geschrieben. Man kann davon ausgehen, dass dies notfalls mit Gewalt geschehen soll. Die regelmäßigen militärischen Provokationen Pekings bieten dafür eindeutige Belege. Aber was genau passiert gerade in Taiwan? Wie groß ist die Freundlichkeit, wenn man von China-freundlichen Parteien spricht? Wie gespalten ist die Gesellschaft? Und was steht in Taiwan auf dem Spiel? Für das Land, die Region und die ganze demokratische Welt. Darüber habe ich am Mittwochmittag dieser Woche mit meinem Kollegen Cornelius Diekmann gesprochen, der die vergangenen beiden Wochen aus nächster Nähe beobachten konnte, wie der Protest in Taipei begonnen hat. Mit einer Wüstenprügelei im Parlament und anschließenden landesweiten Demonstrationen. Das war tatsächlich eine sehr turbulente Woche oder turbulente zwei Wochen. Und es ist gar nicht so leicht, das alles auf einen Nenner zu bringen. Zumal ja auch noch die Vereidigung des neuen taiwanischen Präsidenten William Lai dazu kam. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es war eine sehr emotionale Stimmung in den letzten Tagen und Wochen. Sehr polarisiert im politischen Sinne. Und eigentlich ist der Kern eine Art Showdown gewesen im Parlament zwischen den China-Freunden und den China-Skeptikern. Das Ganze wurde entfacht von einer Parlamentsreform, die die eher pro-chinesisch eingestellte Opposition gegen die Partei des neuen Präsidenten durchsetzen wollte und nun auch durchgesetzt hat. Es war tatsächlich dann sehr bemerkenswert auf der Straße insofern, als innerhalb weniger Tage eine Spontandemonstration von einigen hundert Menschen anwuchs bis zu hunderttausend geschätzt in der Woche darauf. Das ist auch für Taiwan, das eigentlich eine sehr auf Partizipation ausgelegte Zivilgesellschaft hat, bemerkenswert. Und das war tatsächlich spannend zu sehen, was aktiviert die Leute, was emotionalisiert sie, was macht sie so besorgt oder auch wütend, dass sie tatsächlich stundenlang auf die Straße gehen, trotz strömenden Regens und Arbeit und Schule oder Studium oder wie auch immer und anderen Verpflichtungen. Das war eine sehr spannende Zeit, die ich da gerade verbracht habe. Es geht um dieses Gesetz, was jetzt das Parlament am Dienstag, wir sprechen heute am Mittwochmittag, in dritter Lesung gebilligt hat. Aber so ganz genau, glaube ich, versteht man das noch nicht. Kannst du mir das nochmal erklären? Das Wichtigste, was man, glaube ich, erstmal wissen muss, ist, dass Taiwan ein auf den Präsidenten oder die Präsidentin zugeschnittenes System hat. Das heißt, verfassungsmäßig steht der Staatschef, in diesem Fall William Lai, über dem Parlament. Und diese Reform, die die Oppositionsparteien durchsetzen wollten und nun durchgesetzt haben, möchte das so ein bisschen umkehren. Man muss dazu sagen, die Partei des Präsidenten, die DPP, eher China-skeptisch eingestellt, hat zwar die Präsidentschaftswahl gewonnen, aber hat in der Parlamentswahl, die ebenfalls im Januar stattgefunden hat, ihre absolute Mehrheit verloren. Das bedeutet, dort haben jetzt zwei andere Parteien, nämlich die nationalchinesische Partei, die KMT oder Guomindang, gemeinsam mit der Taiwanischen Volkspartei, der TPP, eine Mehrheit. Diese beiden Parteien zusammen schicken sich jetzt sozusagen an, die Regierungsagenda des Präsidenten zu behindern und dem staatlichen Organ, das sie dominieren, nämlich das Parlament oder dem Parlament, mehr Macht zu geben. Diese Reform, die aus mehreren Gesetzen besteht, beinhaltet im Kern, naja, einfach weiterreichende Befugnisse, die die Legislative hat. Zum Beispiel kann das Parlament jede beliebige Person vorladen, sei es nun ein Privatmensch, eine Unternehmensmanagerin, ein Politiker oder auch eine Ministerin oder sonstige Regierungsbeamte. Und wenn diese Person dann bei der Befragung, die daraus resultiert, eine, wie es im Gesetzestext heißt, Missachtung des Parlaments vornimmt oder sich derer schuldig macht, dann kann sie bestraft werden. Also wenn zum Beispiel das Parlament sagt, diese Aussage, die getroffen wurde bei dieser Befragung, ist falsch oder hey, du hast uns Sachen verschwiegen, die wir aber von dir wissen wollten, dann kann sie mit Geld oder sogar Haftstrafen bei Regierungsbeamten belegt werden. Das ist natürlich insofern extrem kontrovers, als das schwammig ist. Es ist ja im Prinzip gut, wenn Vorgänge im Parlament durch Befragungen aufgeklärt werden können. Und auch Sanktionen sind bei Fehlverhalten sicherlich sinnvoll. Aber diese neue Regelung wirkt willkürfreundlich, schon durch den wenig definierten Kreis der Personen, die betroffen sein könnten. Aber das ist noch nicht alles. Wer ist der Schiedsrichter dessen oder der der Richtig- oder Falschheit dieser Aussagen? Und was ist, wenn zum Beispiel ein vorgeladener Minister aus einem sicherheitsrelevanten Ressort etwas nicht preisgeben kann, weil es zum Beispiel die nationale Sicherheit, die Verteidigung oder sonst was betrifft, ist dann die Verweigerung, ein Staatsgeheimnis preiszugeben, ist das dann auch inkriminierbar. Und insofern ist das natürlich sehr umstritten, dass jetzt das Parlament sich dieses Recht nehmen möchte. Und durch dieses Instrument, so scheint es zumindest auch, als eine Art Justiz agieren zu wollen. Und deshalb ist sozusagen die Sorge der Demonstrierenden auf der Straße auch immer wieder gewesen, dass die Gewaltenteilung Taiwans irgendwie durcheinander gebracht wird. Ja, gut, dass du das noch zum Schluss gesagt hast. Das meinte ich dann auch rausgehört zu haben, dass der Schiedsrichter, der noch nicht klar definiert ist, dann tatsächlich von denjenigen gestellt werden sollte, die dieses Gesetzesvorhaben durchgebracht haben und diese Kontrolle wollen. Oder habe ich das falsch verstanden? Genau, also ich meine, der Schiedsrichter wäre ja dann am Ende das Parlament selber, das im Moment von der KMT, also der nationalchinesischen Partei, angeführt wird. Aber in der taiwanischen Verfasstheit ist im Grunde der Schiedsrichter von solchen Sachen ja eher die Justiz, wie es in einer Gewaltenteilung eben üblich ist. Und wie gesagt, in der Verfassung Taiwans bzw. der Republik China, wie Taiwan offiziell heißt, steht eben die Exekutive bzw. der Präsident der Regierung nominiert über dem Parlament. Das heißt, eine so weitreichende Änderung der Verhältnisse zwischen den verschiedenen Staatsorganen ist eigentlich ein so tiefer Einschnitt, dass viele Rechtsexperten auch sagen, dass das womöglich verfassungswidrig sei. Und rein politisch wird auch eben natürlich kritisiert, dass dieser Prozess sehr schnell und auf intransparente Weise ohne richtige parlamentarische oder auch gesellschaftliche Debatte durchgedrückt wurde. Ich werde mit unseren Brüdern und Schwestern an der Frontlinie stehen, um gemeinsam die nationale Sicherheit zu verteidigen. Im Angesicht von Herausforderungen und Bedrohungen von außen werden wir weiter die Werte der Freiheit und Demokratie verteidigen und Frieden und Stabilität in der Region bewahren. Diese Aussage von Präsident William Lai weist auf die Problematik mit der Volksrepublik China hin. Diese Herausforderungen von außen wirken allerdings auch nach innen. Denn der neue Präsident hat zwar die Wahl gewonnen, aber die Mehrheit im Parlament verloren. Und deshalb ist es für ihn schwierig, Gesetzesvorhaben durchzuführen. Ein wenig so wie in den USA, wo Joe Biden gegen das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus regieren muss. Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist auch nicht das erste Mal in Taiwans noch ziemlich jünger demokratischen Geschichte. Taiwan ist seit 1996 erst eine vollständige Demokratie, dass eben der Präsident oder die Partei des Präsidenten im Parlament keine Mehrheit hat. Das bedeutet nicht direkt, dass der Präsident dadurch eine lahme Ente oder wie auch immer sei. Aber es bedeutet schon, dass er gegen größere Hindernisse regieren muss. Also das Parlament entscheidet ja über den Haushalt. Und der erste Präsident aus der Partei, die jetzt auch wieder den Präsidenten stellt, beziehungsweise das auch schon seit acht Jahren tut, Chen Schwabian, der von 2000 bis 2008 regiert hat, der hatte auch genau diese Situation, dass nämlich das Parlament so eher von China-Freunden dämoniert wurde, nämlich auch natürlich von der KMT, der vielleicht für ein internationales Publikum relevanteste Auswuchs aus dieser Situation ist, dass ein Präsident dann Schwierigkeiten hat, seine Verteidigung aufzustellen. Das ist natürlich immer sehr, sehr zentral für Taiwan, chronisch von China bedroht. Was machen wir dagegen? Wie können wir uns irgendwie militärisch rüsten? Das ist die Überlegung einer chinaskeptischen taiwanischen Regierung. Wenn dann Waffenkäufe blockiert werden im Parlament, wie das, wie gesagt, in den Nullerjahren passiert ist, dann ist es tatsächlich ein sehr großes sicherheitsrelevantes Hindernis. Ob das jetzt in den nächsten vier Jahren auch so sein wird, war bislang die große Frage. Man dachte, vielleicht gibt es angesichts der großen Bedrohung von außen sowas wie ein zähneknirschenndes Miteinander, das die China-Skeptiker und die China-Freunde miteinander verbinden könnte. Das sieht jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so aus. Also du hast es ja gesagt, es gab physische Rangeleien bis hin zu Faustschlägen und Verletzungen, die die Abgeordnete ins Krankenhaus geführt haben. Es ist schwer vorstellbar, dass es jetzt in naher Zukunft sowas wie in einem Modus wie Wendi zwischen den ideologischen Lagern geben wird. Wenn wir von China-freundlich und China-feindlich, hast du glaube ich nicht gesagt, aber nicht-China-freundlich sprechen, wie China-freundlich ist es denn dann? Also vielleicht damit zusammenhängend auch, wie gespalten ist die Bevölkerung? Das ist eine sehr gute Frage, vor allem weil das Wort China so eindeutig klingt, aber im taiwanischen Kontext hat das Wort China tatsächlich viele Bedeutungen. China bedeutet im internationalen Sprachgebrauch meistens Volksrepublik China, Hauptstadt Peking, Staats- und Parteichef Xi Jinping. Aber tatsächlich muss man ja den Begriff China oder chinesisch oder chinesisch geprägt weiterfassen, um zu verstehen, was gemeint ist mit China-freundlichen Parteien in Taiwan oder China-freundlicher Partei in Taiwan. Ich habe ja schon die wichtigste Oppositionspartei erwähnt, die KMT, also die Nationalchinesische Partei, wie sie wörtlich übersetzt heißt. Und diese Partei definiert sich, wie der Name schon sagt, grundsätzlich als chinesisch. Nicht im Sinne der Volksrepublik China. Sie sagt nicht, wir wollen uns der kommunistischen Partei Chinas unter Xi Jinping unterordnen. Aber sie sagen schon, wir gehören zu einem wie auch immer gearteten chinesischen Staat. Das ist im Grunde eine Folge aus dem chinesischen Bürgerkrieg, den eben die Kommunisten, die jetzt auf dem Festland herrschen, 1949 gewonnen haben. Das ist die Volksrepublik China. Und die Nationalisten, also die KMT, die sich bis heute und seit 1949 in Taiwan befindet, die haben diesen Bürgerkrieg verloren und sagen, wir sind die Republik China. Das heißt, diese beiden Parteien, die in der Volksrepublik alles beherrschende kommunistische Partei und dann die in Taiwan in der Opposition sitzende KMT, die sind jetzt nicht beste Freunde, aber sie können sich in einer Sache einigen und zwar, wir sind irgendwie Chinesen. Das ist in Taiwan allerdings eine Minderheitenmeinung. Die meisten Taiwaner fühlen sich inzwischen einfach dezidiert als Taiwaner. Und da komme ich sozusagen endlich auch auf deine Frage zu sprechen, wie polarisiert ist die taiwanische Gesellschaft? Man muss sagen, sehr polarisiert. Die wichtigste Frage ist eigentlich oft, ja, was bist du? Bist du Taiwaner? Bist du Chinese? Bist du beides? Ja, die Mehrheit sagt, ich bin einfach Taiwaner. Es gibt auch immer noch einen beträchtlichen Anteil der Leute, der sagt, ich bin Taiwaner und Chinese. Aber was wichtig zu betonen ist, egal wie diese Antwort ausfällt, so gut wie niemand, also wirklich annähernd 0 Prozent der Menschen in Taiwan sagen, ich bin Chinese im Sinne der Volksrepublik China. Okay, und da klingt jetzt raus, dass das auch schon länger ein solcher Zustand ist und nicht jetzt erst in den letzten Jahren diese Spaltung hervorgetreten ist. Also, dass die Volksrepublik China auf der einen Seite existiert und die Republik China bzw. Taiwan auf der anderen Seite ist tatsächlich, wie gesagt, seit 1949 so. Allerdings ist es so, dass während des Kalten Krieges tatsächlich das internationale Bild immer hieß, es gibt zwei Chinas. Und die Frage ist dann, welches China wird anerkannt von den anderen Großmächten der Welt? In den 70er Jahren haben zum Beispiel die USA dann entschieden, okay, wir erkennen nicht mehr die Republik China mit der de facto Hauptstadt Taipei an, sondern wir erkennen jetzt die Kommunistische Volksrepublik China mit der Hauptstadt Peking an. Das ist sozusagen das kalte Kriegverständnis gewesen von China und Taiwan. Aber im Zuge der Demokratisierung Taiwans Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre kam eigentlich immer mehr heraus, Moment mal, es gibt in Taiwan eine bislang unterdrückte Mehrheit, die eigentlich sich gar nicht innerhalb dieses Gebildes, welches China sind wir, wiederfindet, sondern die sagt, nee, es geht hier gar nicht darum, welches China wir sind und wir wollen gar nicht das wahre China sein, sondern wir wollen einfach wir selber sein und zwar Taiwaner sein. Und das vorhin beschriebene kalte Krieg-Image der beiden Chinas, das zieht sich bis heute durch den internationalen Diskurs, aber es missachtet im Grunde die wichtigste Identitätsentwicklung Taiwans, die auch tatsächlich die Politik bestimmt, nämlich die dezidiert taiwanische Identität außerhalb eines wie auch immer gearteten chinesischen Staates. Du hast mir jetzt den Status Quo dargelegt und wir haben auch über das Gesetz gesprochen, an dem sich die Proteste und die Vorgänge der letzten zwei Wochen entzündet haben. Du hast auch beschrieben, dass es ein Handgemenge im Parlament gegeben hat mit Verletzten, mit Krankenhausaufenthalten und in deinem jüngsten Bericht ist mir der Abgeordnete Puma Shen aufgefallen, der ein Stirnband getragen hat, wo draufsteht, ich glaube, die Demokratie ist tot. Das ist schon ein ziemlich deutlicher Ausspruch oder ein deutliches Statement, wenn man das so am Körper trägt. Was kann man daran ablesen? Wie schlimm ist die Situation für diese Menschen, die sich so zeigen? Dieses Stirnband, die Demokratie ist tot, haben tatsächlich, soweit ich weiß, alle Abgeordneten der Regierungspartei DPP getragen, also nicht nur Puma Shen, den ich da interviewt habe in seinem Parlamentsbüro. Und natürlich sind das drastische Worte, an denen auch sozusagen die Fallhöhe dieser Auseinandersetzung abgelesen werden kann. Also wenn man dem anderen politischen Lager vorwirft, ihr bringt gerade unsere Demokratie um oder habt das schon getan, dann ist es schwierig sozusagen noch irgendwie zusammenzufinden. Ist die Demokratie tot? Nein, sie ist nicht tot. Das ist natürlich eine alarmistische Zuspitzung. Aber sie zeigt, dass der Kern dieser einerseits parlamentarischen Auseinandersetzung, andererseits der Straßenproteste tatsächlich sich um das Prinzip Demokratie dreht. Es geht gar nicht primär um die Frage China. Diese Parlamentsreform hat ja auch kein konkretes China-Gesetz oder so zum Gegenstand, sondern es geht eher ums Prinzip. Also einer der Haupt-Slogans der Demonstrierenden auf der Straße war, ohne Debatte ist es keine Demokratie. Da kommt ja China gar nicht vor, sondern es geht darum, hallo, wieso peitscht ihr hier eine Reform, die unser Land grundlegend verändern würde durchs Parlament, ohne dass wir ordentlich darüber reden. Weil die Taiwaner eben im Grunde sehr stolz sind auf ihre funktionierende und transparente und partizipative Demokratie sind sie da sehr empfindlich, wenn es nicht transparent zugeht. Und hier kommen wir wieder auf das Jahr 2014 zurück, als die Sonnenblumen auf den Straßen Taiwans erschienen. Das war genau jene gelebte partizipative Demokratie, die Cornelius gerade beschrieben hat. Die Sonnenblumen in den Händen der Parlamentarier und Demonstranten sind ein wichtiges Symbol. Geblieben ist auch die Hymne der Proteste von 2014. Der Song Sonnenaufgang über der Insel von der Punkband Fire X. Es gab vor zehn Jahren eine wirklich eigentlich alles verändernde Massenbewegung, eine Studierendenbewegung in Taiwan, nämlich die Sonnenblumenbewegung, die im Grunde von einer ähnlichen Sache entzündet wurde. Und zwar, da ging es tatsächlich um ein Dienstleistungsabkommen mit China, das die damalige taiwanische KMT-Regierung ausgehandelt hatte. Aber das, was die Leute wirklich wütend gemacht hat damals, war auch, dass sie das Gefühl hatten, wir wissen hier gar nicht, was das Parlament durchbringen will. Es ist eine Blackbox. Blackbox ist ein Begriff, der immer wieder gefallen ist damals und auch heute. Da fühlen sich die Leute, die eben eine sehr große Transparenz gewohnt sind, gewöhnt sind, ein bisschen veräppelt. Und sagen, nicht mit uns, wir wollen schon wissen, was da gerade passiert. Und wir wollen nicht, dass unser Land reformiert wird im Eiltempo, während wir auf der Straße stehen und noch gar nicht so richtig kapiert haben, was da eigentlich passiert. Insofern, die Demonstranten sagen, natürlich ist die Demokratie in Gefahr. Die KMT, also die nationalchinesische Partei, sagt, nein, im Gegenteil, wir wollen ja erst Kontrollmechanismen schaffen, nämlich, dass das Parlament den Präsidenten kontrolliert. Aber im Grunde ist der Hauptkritikpunkt nicht dieses Bestreben an sich, sondern wie es durchgebracht werden soll. Nämlich sehr schnell, mit sehr vielen Fragezeichen und ohne fundierten Deliberationsprozess, sowohl gesellschaftlich als auch parlamentarisch. Könnte man dann, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt, sagen, dass es vielleicht nicht um ein China-Gesetz geht, aber dass die Sorge vor chinesischen Politikmethoden mitschwingt? Das ist eine gute Frage. Also der DPP-Abgeordnete, den du erwähntest, Puma Shun, den habe ich, wie gesagt, interviewt in einer kurzen Parlamentspause. Puma Shun, muss man dazu sagen, ist einer der bekanntesten Experten in Taiwan für chinesische Desinformationen und Infiltrationen und Einflussoptionen oder ja, Einflussmaßnahmen Chinas. Und der brachte diese Reform durchaus irgendwie mit China in Verbindung. Er brachte das Beispiel, was ist denn zum Beispiel, wenn einige von den tatsächlich pro-chinesisch eingestellten Abgeordneten im Parlament von China oder also von Peking konkret angehalten würden, Politiker, die als taiwanische Unabhängigkeitskämpfer oder wie auch immer erachtet werden, vorzuladen und sozusagen an den Pranger zu stellen und zu bestrafen. Das Parlament hätte oder hat auch die Macht, Geld oder sogar Haftstrafen auszusprechen. Wäre das dann nicht eine Einflussoption für Peking aus dem Hintergrund? Und insofern ist tatsächlich ja die Sorge da, dass da so eine chinesische Methode einfließen könnte, wie du es gesagt hast, so ein Einfallstor. Einige DPP-Politiker haben der KMT tatsächlich explizit vorgeworfen, sich bei diesem Gesetzesvorhaben mit der kommunistischen Partei in China abgesprochen zu haben und sozusagen hier Chinas Werk zu vollenden. Also das ist ein heftiger Vorwurf, für den es keine Beweise gibt. Das muss man schon dazu sagen. Peking sieht das Ganze sicherlich sehr gerne, aber es gibt keine Belege dafür, dass nun irgendwie eine verdeckte Operation der kommunistischen Partei ist. Wieder einmal hat Chinas Volksbefreiungsarmee sorgsam choreografierte Videos veröffentlicht. Sie sollen das jüngste Militärmanöver rund um Taiwan zeigen. Die Großübung mit Marineschiffen und Flugzeugen in der Taiwanstraße, der Meerenge zwischen der Insel und dem Festland, wurde vom chinesischen Militär als Warnung und Bestrafung bezeichnet. Hart bestraft soll vor allem der neue taiwanische Präsident William Lai werden, der Anfang der Woche sein Amt antrat. China bezichtigt Lai, separatistische Tendenzen zu schüren. Drumherum sind ja noch ein paar andere Sachen passiert. Also nicht nur die politischen Vorgänge in Taiwan, sondern es gab erneute Drohgebärden Chinas. Ich glaube, Deutschland oder die Deutschen, ich zum Beispiel, wir wissen alle nicht so richtig viel über Taiwan. Was wir wissen ist, dass China davon ausgeht, dass Taiwan zum Festland China, zur Volksrepublik gehören soll und auch immer wieder das betont und mit militärischen Drohgebärden unterstreicht. Hat das jetzt mit den Vorgängen, die du beschrieben hast, direkt zu tun oder ist das einfach eine normale Randerscheinung gewesen? Ich würde nicht sagen, dass es direkt damit zu tun hat. Es gibt, obwohl es tatsächlich eine sehr turbulente Zeit gerade ist für Taiwan, eigentlich eine innenpolitische Seite und eine außenpolitische Seite. Und die sind natürlich inhaltlich irgendwie verwandt, weil sich in Taiwan politisch das meiste zumindest um die Achse China dreht. Wie stehst du zu China? Aber sie sind nicht unbedingt kausal verkettet. Also innenpolitisch gibt es eine Krise, weil sich die Parteien im Parlament eben in den Haaren liegen. Die Oppositionsparteien eben die Präsidentenpartei hemmen wollen in ihrer jetzt beginnenden Amtszeit. Außenpolitisch aber waren das zwei Tage lang relativ groß angelegte Drohmanöver, Militärmanöver Chinas um Taiwan herum. Das war eher eine zeitliche Koinzidenz. Das bezog sich nämlich auf den Zeitpunkt der Amtseinführung des neuen Präsidenten. Und das ist dann eben zu so einer Situation geworden, wo sowohl innen- als auch außenpolitisch plötzlich enorme Unruhe herrschte in Taiwan. Es gibt eigentlich im Grunde dafür nur einen Profiteur und das ist tatsächlich Peking. Ich komme nochmal auf die Militärmanöver Chinas zurück, die wir schon als regelmäßig empfinden. Kannst du sagen, wie das in Taiwan wahrgenommen wird und inwiefern das in diese ganze Problematik hineinspielt? Das waren ja ziemlich martialische Bilder, die wir gesehen haben. Aber ja, wir sind sie tatsächlich gewohnt. Und wenn wir sie gewohnt sind, dann sind die Taiwaner es erst recht. Es gibt eigentlich fast nie eine nennenswerte Reaktion auf solche martialischen Manöver. Einfach weil, wenn dir jeden Tag jemand sagt, ich schlage dir den Kopf ab, dann ist das zwar schockierend irgendwie, die ersten ein, zwei, drei, zehn Male, die du es hörst. Aber danach, ja, der Mensch gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich sogar an die für westliche Ohren unfassbar grausame, ja, grauenhafte Rhetorik aus Peking. Hier, wie so oft geäußert durch den Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin. Alle Aktionen der taiwanesischen Separatisten werden mit dem Frontalangriff von 1,4 Milliarden Chinesen konfrontiert sein. Sie werden mit zerschmetterten Schädeln und dem Blut zurückbleiben, nachdem sie mit dem historischen Vorhaben der vollständigen Vereinigung Chinas kollidiert sind. Also tatsächlich, ja, sehr mörderische Rhetorik. Aber tatsächlich sind die Taiwaner das gewohnt. Also es gibt, es kommt da nicht zu Panik. Man guckt vielleicht mal ein bisschen genauer auf die Abendnachrichten. Aber einfach dadurch, dass China eben ja eine Meisterin der Überreaktion ist, fällt auch die Reaktion darauf dann so ein bisschen relativ aus. Aber die permanente Drohkulisse, beeinflusst das die Problematik, auch wenn man die Manöver und die Gebärden, die das mit sich bringt, gewohnt ist? Es ist schon Teil des politischen Gesprächs. Die Frage ist, was dann daraus folgt. China hat ja in den letzten zwei Jahren, natürlich auch darüber hinaus, aber intensiviert in den vergangenen zwei Jahren sehr stark versucht, die taiwanische Bevölkerung von der Regierungspartei wegzuziehen, weil eben China sagt, die DPP sei eine Separatistenpartei und so weiter. Und hat also wirklich sehr bedrohliche Manöver durchgeführt, hat immer wieder fast täglich eigentlich Kampfjets über die als inoffizielle Grenze geltende Mittellinie der Taiwanstraße, also der Meerenge zwischen den beiden Seiten geschickt. Und naja, es hat nicht geklappt. Im Januar hat die DPP die Wahl gewonnen. Die Taiwaner haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte entschieden, dass dieselbe Partei eine dritte Amtszeit im Präsidentenbüro bekommen soll. Und das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Ja, die Leute sehen diese Manöver. Sie gefallen ihnen nicht. Aber sie lassen sich davon sozusagen nicht erpressen. Von der Seite der Volksrepublik China aus ist es ja ein klares Bestreben, Taiwan wieder zu integrieren, weil ich glaube inzwischen auch im Manifest der Kommunistischen Partei oder schon immer steht es drin geschrieben, dass man Taiwan wieder vereinnahmen möchte. Ich habe mich gefragt, ob es einen Zeitpunkt, einen Status gibt, an dem man festmachen kann, dass der chinesische Einfluss so groß geworden ist, dass es kaum noch abgewehrt werden kann. Es ist vielleicht ein bisschen überhöht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Und das ist natürlich die große Frage, an deren Antwort so viel hängt. Also nicht nur für Taiwan, sondern für das Weltgefüge und für die demokratische Staatengemeinschaft. Aber ich kenne die Antwort nicht. Und jeder, der sagt, der die Antwort kennt, lügt, es sei denn, er heißt Xi Jinping. Es gibt immer wieder Daten, die irgendwie als gefährlichster Zeitpunkt in näherer Zukunft herumgeworfen werden. Zum Beispiel modernisiert China sein Militär gerade mit der Deadline 2027. Xi Jinpings Regierungsprogramm des chinesischen Traumes propagiert, das ist 2049. Taiwan an die Volksrepublik China angeschlossen werden soll. Aber wie das dann sich in der Realität niederschlägt, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Und man muss natürlich trotzdem, obwohl es jetzt gerade unruhige Zeiten sind für Taiwan, das alles mal in Relation setzen. Es regiert da ein pro-taiwanischer Präsident, der also sehr auf die Abgrenzung von China setzt. Es ist also nicht, dass da jetzt irgendwie gerade die China-Freunde alle Geschicke leiten, sondern zumindest auf Regierungsseite ist es eine pro-taiwanische Kontinuität. Es ist ein Präsident, der bislang auf wirklich sehr moderate und eigentlich auskömmliche Töne gesetzt hat gegenüber Peking, auch wenn er von Peking als Provokateur dargestellt wird. Er hat in seiner Antrittsrede Kooperationen angeboten, gesagt, Peking redet doch mal endlich mit uns. Wir wollen nicht mit euch verfeindet sein, wir wollen Austausch mit euch. Wir wollen touristischen und studentischen Austausch. Und der Ball liegt jetzt sozusagen in eurem Feld. Und Peking hat das sofort abgeschmettert und im Grunde ist klar, dass Peking sich schon im Voraus dieser präsidialen Antrittsrede in Taipei sich entschieden hatte, ja nicht nur den rhetorischen Mittelfinger zu zeigen, sondern auch den militärischen und dann eben tatsächlich große Militärmanöver aufgefahren hat. Zumindest hier in Deutschland habe ich den Eindruck, dass wenn man Taiwan denkt, denkt man inzwischen auch immer die USA mit, ich weiß gar nicht, ob man das Schutzmacht nennen kann, aber das Interesse ist ja da. Das pazifische Theater, wie es so schön heißt, liegt im Fokus der USA, auch wegen der Handelswege und der Seestraßen. Inwiefern kommt es denn auf die Haltung der USA an, wenn man die Problematik in Taiwan betrachtet? Die Positionierung anderer Länder, vor allem der USA, ist unglaublich wichtig. Also man kann das gar nicht übertreiben. Taiwan hat zwar eine unheimlich widerständige und lebendige Demokratie und Zivilgesellschaft, aber es ist eben ein Staat von 23,5 Millionen Menschen und die Volksrepublik China ist einer mit 1,4 Milliarden Menschen. Und natürlich sind die Kräfteverhältnisse da so, dass Taiwan alleine sich nicht wehren könnte. Also es könnte zwar China im Fall eines Angriffs viel Schmerz zufügen. Es ist ja auch so, dass Taiwan ein eigenes Militär hat. Aber es kommt schon sehr stark darauf an, wie sich andere Staaten positionieren. Natürlich sind die USA da der wichtigste Faktor. Die USA sichern Taiwan militärische Unterstützung zu, auch wenn sie sich nicht festlegen, ob sie Taiwan bei einem chinesischen Angriff tatsächlich mit eigenen Truppen verteidigen würden. Der US-Präsident Joe Biden hat das zwar viermal schon öffentlich gesagt, aber das Weiße Haus sagt, unsere Position ist eine strategische Mehrdeutigkeit. Wir legen uns da nicht fest. Aber solche Signale eben, wir stehen an der Seite der Taiwaner, sind wirklich ein absolut integraler Bestandteil in der Abschreckung. Oder wenn man es in einfachen Begriffen sagt, das Stoppschild, das Peking da hingehalten wird und mit dem man sagt, Finger weg. Es kommt auch auf andere Staaten an. Also ich finde, es ist sehr riskant, Taiwan sozusagen nur als Objekt zu begreifen in einer geopolitischen Rivalität zwischen China und den USA. Sondern Taiwan ist eigentlich erstens ein Subjekt, aber zweitens eben auch ein Mitglied der demokratischen Staatengemeinschaft. Das klingt so ein bisschen bundespräsidial und schwammig, das Wort. Aber es ist tatsächlich so, dass ja Taiwan eben als Demokratie in einer Region, wo Demokratie wirklich nicht selbstverständlich ist, ein Partner auch für Länder wie Deutschland oder auch generell die Länder der Europäischen Union ist. Und es kommt darauf an, wie sich Berlin oder Paris oder London positionieren und sagen, das ist kein Konflikt, der irgendwie nur China und Taiwan angeht oder China und die USA und Taiwan angeht, sondern eine internationale Angelegenheit, in der verhindert werden soll, dass ein Grenzkonflikt mit Waffengewalt gelöst wird. Auf geht's, Taiwan, rufen die Demonstrierenden hier. Aber nach allem, was Cornelius berichtet hat, ist es zwar ein lautstarker Teil, aber eben auch nur ein Teil des Landes, der das fordert. Der seinem Land den Mut zuspricht, sich trotz der Bedrohung von außen und der Schwierigkeiten im Inneren demokratisch weiterzuentwickeln. Aber vielleicht ist das in Demokratien immer so. Muss es in Demokratien so sein. Und deshalb habe ich Cornelius gefragt, wie er das Land in den vergangenen Wochen persönlich wahrgenommen hat. Eigentlich ist das eine sehr zwiegespaltene Sache. Zum einen finde ich es wirklich tragisch, dass ein Land, das von außen her existenziell bedroht wird, es nicht schafft, im Inneren zumindest so einen Modus der Zusammenarbeit zu finden, so einen Zweckfrieden sozusagen, einen innenpolitischen Zweckfrieden zu schaffen. Zumal das ja nicht nur irgendwie symbolisch ist, sondern tatsächlich das Fortkommen dieser Gesellschaft, dieses Landes beeinträchtigt. Zugleich muss ich sagen, dass es mich wirklich sehr beeindruckt hat, jetzt in den letzten Wochen diese Proteste zu erleben, zu merken, wie sehr die taiwanische Gesellschaft mitmachen möchte, wie sehr sie Demokratien nicht nur als etwas zu Beobachtendes, von der Seitenlinie zu Betrachtendes sehen, sondern, wie ich schon gesagt habe, als etwas Partizipatives. Und wenn man so ein bisschen die Stimmung aufsaugt vor Ort, also es war zum Teil tatsächlich wie so eine Art Festivalstimmung, aber nicht unernst und nur irgendwie auf Spaßgesellschaft oder so ausgelegt, sondern aber eben, es wurde gesungen, es wurden natürlich viele Slogans, politische Slogans gerufen. Es war eine Stimmung irgendwie der Solidarität und des Zusammenhalts. Und das hat mich wiederum sehr beeindruckt. Also wenn man da zuguckt und mit den Leuten redet, dann ist das schon irgendwie elektrisierend, dass die Leute sozusagen nicht dazu aufgerufen werden müssen, groß auf die Straße zu gehen oder irgendwie an dieser Demokratie teilzuhaben, sondern dass sie das ja irgendwie in sich tragen und für selbstverständlich halten. Und da habe ich manchmal schon den Eindruck, dass die Taiwaner mitunter besser verstehen, was Demokratie ist, als wir in Ländern, wo wir die Demokratie vielleicht tatsächlich für selbstverständlich halten und nicht irgendwie eine Situation haben, in der sie uns von außen weggenommen werden könnte. Ich frage mich, wie groß die Einflussmöglichkeiten des Volkes sind, wenn so große, so spontane Demonstrationen stattfinden. Und wie groß ist der Einfluss der Jugend, die dort, wenn ich das richtig gesehen habe, in zu großem Maße vertreten ist? Also so eine Protestbewegung kann in Taiwan schon was ausrichten. Das Beispiel von 2014, die Sonnenblumenbewegung, die war letztendlich auch erfolgreich. Und hat dieses Dienstleistungsabkommen mit der Volksrepublik gestoppt und dann einer entschieden pro-taiwanischen Präsidentin den Weg ins Amt geebnet. Das heißt, der Protest der Straße ist nicht nur symbolisch und dann wird dann irgendwie von einer kleinen herrschenden Elite oder wie auch immer abgeschmettert, sondern kann durchaus sein, dass wenn sozusagen die Zahlen und die Energie hoch und groß genug sind, dass das was ausrichtet. Es ist jetzt natürlich noch sehr schwer zu sagen, wo diese noch erst ein bis zwei Wochen alte Bewegung sich hinbewegt. Ist es überhaupt eine Bewegung? Schwer zu sagen. Das wissen wahrscheinlich die Leute auf der Straße selber noch gar nicht. Sie haben gerade sowas wie eine Identität erst gefunden. Sie nennen sich jetzt die Bluebird-Bewegung. Das ist ein Wortspiel mit der Straße, auf der diese Proteste stattfinden. Und jetzt muss man einfach abwarten, wie geht das weiter? Jetzt ist die Parlamentsreform durch. Gehen die Leute trotzdem weiter auf die Straße? Erwächst da sozusagen etwas wie ein neuer Rückenwind für den Präsidenten, der mit einem gar nicht so großen Mandat gewählt worden ist? Interessant ist auch tatsächlich zu sehen, wie die Jugend sich positioniert. Es waren tatsächlich viele junge Menschen, die in Taiwan demonstrierten. Aber genauso wie man nicht einfach zwischen Volksrepublik China freundlich und ablehnend unterscheiden kann, Cornelius hat es zu Anfang erklärt, so kann man auch nicht sagen, dass die demonstrierende Jugend Taiwans schlicht die Regierungspartei DDP unterstützt. Nein, das ist komplizierter. Die Jugend Taiwans ist unmissverständlich taiwanisch eingestellt und betrachtet sich nicht als Chinesen. Es gibt immer Ausnahmen, aber tatsächlich kann man das schon fast so kategorisch sagen. Viele junge Leute haben bei der jüngsten Wahl tatsächlich eine neue dritte Kraft, nämlich die Taiwanische Volkspartei, die TPP gewählt, die eigentlich eher einen populistischen Markenkern hat und sich als neue Option positioniert, die sich gar nicht so sehr um China kümmert, sondern sozusagen propagiert, lass uns mal nicht mehr über China reden, sondern wir gehen die wirklichen innenpolitischen Probleme an. Und das ist tatsächlich attraktiv gewesen für die Jugend. Es gab dann mitunter so etwas wie eine gewisse Müdigkeit gegenüber dem Freiheitskämpfergestus der DPP. Wir sind Taiwaner und wir kämpfen für Freiheit und Demokratie. Wir haben alles gegeben damals gegen die Diktatur, die bis in die 80er Jahre hinein herrschte. Also diese Betonung des Taiwanischen wurde von vielen jungen Leuten als eine Antwort auf eine längst beantwortete Frage erachtet. Jetzt muss man natürlich sagen, diese TPP, die sehr viele junge Wähler angezogen hat, hat sich auf die Seite der Nationalchinesischen Partei gestellt in dieser Parlamentsreformsache. Und es wird eine sehr interessante Frage sein, ob das vielleicht viele junge Leute doch wieder in Richtung der DPP, also der Präsidentenpartei, treiben wird. Eine junge Generation hat womöglich zum ersten Mal gemerkt, dass es notwendig ist und sich vielleicht auch lohnt, auf die Straße zu gehen und seine Stimme irgendwie zu erheben. Ich habe da mit einem 35-jährigen Taiwaner gesprochen, einem Lehrer, der sagte, ich war immer so enttäuscht von der Generation, die nach uns, also nach der Sonnenblumengeneration, wie er sagte, kam. Aber jetzt sehe ich hier 16-Jährige, die noch gar nicht wählen dürfen, die sich auf die Bühne stellen und demonstrieren. Er sagte, ja, das ist, habe ich so ein bisschen, habe er so ein bisschen seine Meinung geändert und sehe, okay, die taiwanische Jugend ist eben vielleicht doch politisch. Und das ist womöglich eine bleibende Folge aus diesen Protesten. Zum Abschluss, Cornelius, kannst du Befürchtungen und Hoffnungen formulieren nach deinen Eindrücken der letzten zwei Wochen? Ich fürchte, um sozusagen negativ zu beginnen, damit ich positiv aufhören kann, dass Taiwan von der internationalen Gemeinschaft als etwas Abstraktes betrachtet wird. Dass Taiwan irgendwie nur als Taiwan-Frage oder als Taiwan-Problem oder so subsumiert wird und nicht als die knapp 24 Millionen Menschen, die da leben. Dass sozusagen durch Unwissen akzeptiert wird, diese Erzählung, dass das ja eine innenpolitische Auseinandersetzung zwischen Chinesen und Chinesen sei. Deshalb ist es natürlich auch immer wieder wichtig, also Fakten festzuhalten, dass wenn wir über den Taiwan-China-Konflikt reden, dass Taiwan in seiner Geschichte nie zur Volksrepublik China gehört hat. Das ist natürlich etwas, was in der chinesischen Propaganda nicht vorkommt. Dass die Vereinten Nationen nicht anerkannt haben, dass Taiwan zur Volksrepublik China gehört, sondern dass der Status ungelöst ist. Das ist sozusagen, das leitet ein bisschen über zu meiner Hoffnung, dass Demokraten in internationalem Kontext da Gegenwehr leisten, gegen autokratische Propaganda. Ich hoffe, dass Taiwan sozusagen als Teil der internationalen Gemeinschaft akzeptiert wird. Sicherlich unterhalb einer staatlichen Anerkennung, weil alles andere im Moment einfach unrealistisch ist. Und dass eben solche banalen Sachen wie der Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisationen endlich ein Ende finden, dass Taiwan nicht immer vor verschlossenen Türen steht, sondern als Subjekt, als demokratische Gesellschaft irgendwie seinen Platz auf dieser Weltbühne findet. Denn das ist tatsächlich das, worauf sich auch in Taiwan alle einigen können. Es gibt eine Sache, auf die sie sich alle einigen können, nämlich, dass sie nicht vor verschlossenen Türen stehen wollen, dass sie nicht mit Missachtung gestraft werden wollen, weil ein mächtiger Nachbar sagt, bitte nicht mit Taiwan reden. Und diesen im Moment einzigen Konsens der taiwanischen Gesellschaft, der ist eigentlich unterstützenswert, wenn man sich selber als Demokraten bezeichnet. Taiwan als Symbol dafür, dass sich die ganze Welt immer um alle Gegenden des Planeten kümmern muss. Das ist ein Beispiel, das mir persönlich gut gefällt. Denn es ist ja längst so, dass die Geschehnisse, Vorgänge, Veränderungen auf anderen Erdteilen und Meeren auch uns entscheidend beeinflussen. Erst recht, wenn es um Demokratie und Autokratie geht, also um die Art und Weise, wie unser Zusammenleben definiert ist. Letzten Endes sind wir eben doch acht Milliarden Nachbarn im gleichen runden Lebensraum. Wir müssen uns kümmern um den Erhalt des Heimatplaneten und die Freiheit seiner Bewohner. Ich habe das schon ein paar Mal so formuliert und es ist kein Zufall, dass ich es heute wiederhole. Denn nach dreieinhalb Jahren als Host dieses Podcasts ist für mich Schluss bei acht Milliarden. In Zukunft werde ich hinter den Kulissen wirken im Team, das unsere Website spiegel.de steuert. Sie können mir glauben, dass das die schwerste Entscheidung meines gesamten Arbeitslebens war. Aber zum einen konnte ich der Herausforderung nicht widerstehen, etwas Neues zu lernen. Und zum anderen weiß ich mein geliebtes acht Milliarden in guten Händen. Denn mein Vorgänger hier wird auch mein Nachfolger. Und demnächst wird sie die samtende Stimme von Juan Moreno wieder hier begrüßen. Wenn Sie mich fragen, könnte es keinen besseren Host für diesen Podcast geben. Und deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die die vergangenen Jahre für mich so einzigartig gemacht haben. Die formidablen Kolleginnen und Kollegen aus dem Spiegel Auslandsressort und anderen Abteilungen, die stets bereit waren, ihr Wissen und ihre Einschätzungen mit uns zu teilen. Die aus aller Welt berichten und regelmäßig auch in stressigen Phasen noch Zeit für die Gespräche fanden. Am liebsten würde ich alle Namen aufzählen, aber das geht leider nicht. Deshalb nur so viel. Ich schätze und verehre euch alle sehr. Gleiches gilt für Expertinnen und Experten, die bei acht Milliarden zu Gast waren. Ohne dass andere Folgen dadurch an Glanz verlieren, waren es Highlights für mich, Menschen wie Sabine Fischer, Claudia Major, Kirill Martinov oder Dimitri Glukowski begrüßen zu dürfen, um nur einige zu nennen. Das Ganze wäre natürlich ohne ein wunderbares Team in Redaktion und Produktion nicht möglich gewesen. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Philipp Fackler, Janis Schakarian, Marius Mestermann, Lenne Kafka, Regina Steffens, Marc Glücks, Luca Ziemek, Ole Reismann, Yasemin Yüksel und Sandra Sperber für dreieinhalb professionelle Jahre bedanken. Am wichtigsten aber sind Sie. Alle Menschen, die uns weiterhin zuhören, die Anteil nehmen an unseren Themen und die ihre Gedanken zu den Folgen mit uns teilen, Hinweise, Kritik und auch viel Lob. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Es war mir eine Ehre. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe für immer. Ihr Olaf Heuser Ich verbleibe für immer. Vielen Dank.